Freunde, die Schatzsuche Auszüge aus dem Buch von Helme Heine und Gisela von Radowitz Belz und Gehlberg Episode 6 Nachdem Franz mit lauten Kickeriki Mollewapp geweckt hatte, beratschlagten die drei Freunde, was sie für die Schatzsuche benötigten. Eine Taschenlampe schlug Waldemar vor. Brauchen wir nicht. Wir sollten so wenig wie möglich mitnehmen. Eine Lampe haben wir am Fahrrad. Spaten und Spitzhacke Überflüssig Auf der Karte konnte man deutlich erkennen, dass der Schatz nicht unter der Erde liegt. Ein Seil Wir könnten die Wäscheleine ausleihen. Gut, außerdem Streichhölzer für ein Lagerfeuer. Essen, und das nicht zu knapp. Schatzsuche macht hungrig. Niemand widersprach. Waldemar hielt dies für einen passenden Augenblick, den Freunden den Vorschlag von Horst zu unterbreiten und die Schatzkarte in ihrer Abwesenheit bei ihm zu hinterlegen. Aus Sicherheitsgründen. Franz war entschieden dagegen. Wer garantiert uns, dass der Kerl den Briefumschlag nicht heimlich öffnet und sich selber auf Schatzsuche macht? Waldemar zuckte mit den Schultern. Du magst ihn nicht, oder? Johnny, was sagst du dazu? Ich traue ihm auch nicht. Vielleicht tue ich ihm ja Unrecht. Aber wenn wir ihm die Karte geben und bei unserer Rückkehr merken, dass der Briefumschlag geöffnet wurde, wissen wir, woran wir mit ihm sind. Mit dem Fahrrad sind wir sowieso schneller als der dicke Kerl mit seinem kaputten Knie. Gute Idee. Soll ich für euch auch eine Karte zeichnen, bot Johnny an? Nö, die verliere ich bloß, lehnte Waldemar ab. Hab keine Tasche. Und auch Franz verzichtete. In deinem Köpfchen ist sie sicherer. Sollten wir überfallen werden, kann sie nicht geraubt werden. Bello gesellte sich zu ihm. Geht's los? Nischelte der alte Wachhund. Dann sucht mir schön. Viel Erfolg. Danke, sagte Waldemar. Können wir gebrauchen. Sollen wir dir was mitbringen? Bello druckste ein wenig herum. Noch nie in seinem langen Leben hatte er ihm etwas gebeten. Aber jetzt hatte er einen großen Wunsch. Also Jungs, wenn ihr den Schatz wirklich findet, seid, ihr sollt euch meinetwegen aber nicht in Unkosten stürzen. Denn wäre mein Traum ein neues Gebiss. Ich möchte so gern mal wieder an einem richtigen Knochen klappern. Und dem Fuchs die Zähne zeigen, wenn er nachts um den Hühnerstall schleicht. Wisst ihr, ohne Zähne wird ein Wachhund nicht so richtig ernst genommen. Bello hatte Tränen in ihren Augen. Und vergess nicht, meine Perlenkette platzte Marilyn dazwischen. Schwarze Perlen wären mir am liebsten. Auf einmal standen alle Molle Wapperschlangen. Wir wollen ein Skateboard, ein Fernglas und eine Schaukel, riefen die Küken. Und ich einen Schaukelstuhl, meldete sich die Alkohol an. Ich hätte gerne neue Dachwannen auf dem Kuhstand. Bei mir regnet es durch, riefen Tante mit. Die Händen bestellten kuschelige Taunendecken für ihre Messe, sowie Eierwärme aus Zeilen. Und Schäfchen Wolke hätte gar zu gern ein kleines Tattoo auf dem Nackenbauch. Nur das Anliegen von Kater Leo, lehnte Johnny ab. Er begehrte 100 Mausefangen. Als Ersatz wurden ihm 100 Dosen Katzenfutter versprochen. Denkt ihr, das kriegt ihr hin? Wollte Bello wissen. Na klar, antworteten Johnny, war Franz und Waldemar wie aus einem Munde. Und da sie schon einmal dabei waren, allen großzügige Versprechen hinzumachen, durfte selbst der Gast nicht leer ausgeben. Horst, hast du auch einen Wunsch? Horst ließ seinen Blick zufrieden über den Bauernhof schweifen und leckte sich grinsend die Lippen. Mit Molle Wapp bin ich wunschlos glücklich, antwortete er. Schatzsucher leben gefährlich. Beim Abschied flossen Tränen. Mit dunklen Gefahren. Hände wurden geschüttelt, Schultern geklopft, man umarmte sich. Bello blies die Trompete. Wo sie denn, wo sie denn zum Städtele hinaus? Taschentücher und Tischdecken wurden geschweckt. Die drei Freunde sprangen aufs Fahrrad und rollten so schnell vom Hof, wie sie konnten. Ihre feuchten Augen brauchte niemand zu sehen. Seltsam, überlegte Franz. Abschied nehmen ist eine sentimentale Angelegenheit. Eigentlich war es doch gar nicht so schlimm, sich ein paar Tage aus dem Weg zu gehen. Kein Streit, keine Nörgeleien, keiner mahnen. Man sollte lachend davon radeln, dachte er. Froh sein, ein paar Tage den Pflichten und dem Alltag in Molle Wapp zu entfliehen. Schließlich war es kein Honigschlecken, jeden Morgen noch vor dem Sonnenaufgang bei Schnee und Regen auf dem stinkenden Misthaufen zu klettern, um Molle Wapp zu wecken. Warum war er trotzdem traurig? Der Fahrtwind trocknete seine Tränen und blies die trüben Gedanken fort. Die Abenteuerlust verdrängte das Heimweh. Die Abenteuerlust verdrängte das Heimweh. Die Abenteuerlust verdrängte das Heimweh.